ja hallo und willkommen ja wir spielen heute zum fünften ranked Prozent nach dem Fall eben und und ging die Horny Moses dabei bin ich mit Blitzcrank, Popolite, Talonblah, Antipedophron, Paul Peter Paul Peter Bär Prozent der Ken spielt Marcel aber Marcel spielt Kinn so rum Mh Alter, lass mich in Ruhe naja gut Max Kerrit und Kerrit und 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 Chris hier und so und so war und zusammen sind wir echt nicht gut hat er auch recht Patrick ey was sollen Varus und Korki Erklärung ja das hab ich auch schon gefragt einer geht top Korki geht mit dem Mann die setzen auf Korki Korki ist geil das ist die neue Taktik Korki ist geil ich setze auf kleinere Unstimmigkeiten in deren Team um ich sollte mit Schuna Westen oder oh sie startet mit Pink Floyd ich kaufe auch ein ich fände irgendwie immer dass der Helm aussieht wie so eine übelst schmeißige blonde Gelsur ja das auch so oder Jo so voll nach hinten die Gelsur mit dann haben wir noch mal ordentlich durch nachdem die Tumor ausgequetscht wurde Jo Jo und Max Max Polster aber Max hat sich so lange äh so kurze Haare nicht so blond glaube ich also wo ich das als mal sehr einfach auf Straßenküter ha 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 glaubt er er fährt die nicht der hat meistens ne 1 auf Kombi drin die Schwäche drin es ist so ein A10 da wird es gewesen jetzt 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versammlung ne keine Ahnung auch echt gerne wissen zu weißt du weil Insider sind echt cool aber nein er hat auch bloß bei der einen Mottofeier mal ein Ding ja beim Brunzentag oh komm mal auf er ist ja jetzt der Pädobier was echt? ja ne jetzt ist er wieder weg oh mein ne ich gucke lieber Relegation guck mal Einhorn oh jetzt ist er wieder weg oh schönes Tor wie sag dir wenn er wiederkommt ein einäugiges Mutantenbaby oh jetzt ist er wieder weg ja weg soll ich ihn pullen? nein ich mach ich mach Max kann paar Autos draufsetzen das machst du auch noch ja komm Gott abarmel dich ey abarmel dich meiner ich kann doch niemand zau und jangelt hier mit so nem wenigstens vampirischen nee nein das hat mein lastet nein nicht mein lastet ja schaffe das wenn man Auto aus dem Lastet tut ja auf mich und dann stirbt der und dann wird das gar nicht ok hallo so hat man es gibt dort das Leben verloren das heißt sie hat gepult ah ah was so ich verarschen ich wollte rein und nein man sie hat noch ein Ding wollte ich muss warten sie ihren Weg nein wenn sie jetzt in dem Pusche auch noch ein Wort ist dann rastig aber aus hallo das ist auch aber im Moment ist es ja ich will jetzt gar nicht pullen weil im Moment ist es ganz chillig was muss man auch so das ist aber das wäre natürlich geil Bildaufgewicht oder was ich bin ich bin ich bin narzisstisch ich bin ich bin die Kirchen Schauffer sie es ist ich bin wir arbeiten wir aber vergleichbar dass wenn man werden er hat sich gar nicht und beide weggeflasht so ich habe auch mit der Zugehundung die Uhr die Stimmungsgebäude so wird Bordbleib so ich muss noch viel Fortschritte zu tun Prozent wenn er brauchst Joa und ich hatte also daher Talon mit sohn hatte den auch immer so und er hat auch Also wenn ich Mana habe, gebe ich ihm, glaube ich, ganz gut aus dem Sack. Ich gebe ihm auch ohne Mana gut aus dem Sack, aber nicht so lange, wie mit. Er hat eigentlich irgendwas auf Wüstung, oder? Ja. Äh, äh... Also ich kann seine Assistenzen nicht einsehen, er hat den Satz jetzt was gekauft. Oh, ich glaube ordentlich. Ja, ich will nur den... Man, halt... Man, halt mir noch was... Ich versuch' mal kurz Antiz-Worten. Ja, sie haben einen. So, ich bin nun jetzt gleich am Blue... Okay, ich bin... Ich mach mich ganz schmeidig auf den... Man... Nun. Ich hab' jetzt unten ein Wort beseitigt, ja. Egal zu den Lastes. Ein Klammern war nicht der Angler gewesen. So geil, Jo. Wenn ich ihn jetzt pulle, haustür ihn dann? Ja. Soraka ist nicht da, schön. Na, geil. Ja, ja. Wo ist es? Wie. Ja, ich hab ihm ja exhausted. Soraka war nicht da, also man war nicht ganz okay. Nerd. NEIN! Stell dir sich da vor, die dumme Reise-Berückung. Alles in interfere. Ich komme mal vor Ort. Können wir mal? das ist halt der Zeigelein und die Sächtigkeit der Götter die Zielgruppe der Dänischen Begrüßung normales Wort ich habe normalen und erklärt sie hatten noch um so auch also entweder lassen wir so pushen oder gehst von hinten ran aber mit Level 4 glaube ich noch nicht äh das muss ich jetzt nehmen sie hat bis jetzt auch noch nicht CV in den Busch gesetzt wollen wir mal gucken Scheiße die Sache ist halt wir kriegen ihn noch nicht weg jetzt könnte vielleicht auch noch Achtung nur ein Lass der Züberschuss ich gehe mal lieber ja wo es nicht er teleportet sich Paul macht schon wieder Strasse in der Mitte dort wird in den Vorhaben war aber auch weiter das war das schon aber er muss in der ich weiß nicht was für manieren ist in der Klinik und geworden der Komiker Gagioty Nein, überhaupt nicht ich bin Soraka Oh nein! Oh was, den hast du nicht gekriegt? Oh dieser verfluchte Soraka Professor, den Mord uns da Ich geh mal kurz vor Jo Also da steht auch wo du bist Ich bin ein 3-Werber Ah ja, 2-Werber 2-Werber hat sein Blue bekommen Ha 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 Stechen halt hier hin Aber der besitzt sich so die A-Lies-Skills Aber es hat halt auch nicht viel getroffen Ja, das hat gesagt Na ja Bei der Bestätigung davon Oh, mein Leben Falk, du bist ja fast tot nicht Das wir nennen Krieg auch nicht, das wir sind Oh Oh Mann, wir im letzten Moment um Fokus der Worte Dann sitzt die Minderung aus dem Spiel Ahn Wir kochen das hinterher Oder wie hinterher Ha 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 Auf macht die ganze Arbeit Der Spaß sitzt nur drauf Das ist Ultima Das ist Ultima Oh Mann, Alter, ohne Witz Nein, Alter Ich bin schon wieder tot Da ein Tor Blinken Alter Pass auf, Mann Fall Sie hatten ja eine Kürtel Ich hätte ich hätte schon gar nicht weiter gefeiert Ah, ich dachte, ich bin nur Aber ich hab' ihn nur Da hab' ich bisschen Macht Töto Oh Mann, Fred Oh, Mann, Fred vor scheiße nein ich darf es sich für die Scheiß nachdem er hat das so schnell macht es für nach sich gestorben naja der dritte Dauert ist schneller als ein Backport die war sein die Prozent er seitdem was eigentlich gefokust ist an gerade so nicht hinweg das hat sich zerflegt Oh man, wie hätte ich mich jetzt halt unter dem Tower fahren können, ist das übel Korki ist wieder recht Korki ist wieder recht Paul Blue, gern? Ja, sehr gerne Ähm, Johnny weiß doch, ob Dragon geworden ist Äh, ist nicht, glaube ich Ich weiß, welche könnte ganz sicher gehen und dann... Ja, werde ich mal machen Was, was sagten ihr? Lieber... Also, lieber hier unten Gang-Möglichkeiten machen oder Drachen? Müssten wir den aber mal machen, sonst bringt's nichts Mit Simi kann man... Da, Scheiße Oh, schön Einmal, glaube ich, Schaden, oder so Ich gehe mal kurz shoppen und so dann Mit so einer Situation da gerade eben Äh, kannst du ruhig mal an Hazel da hinten den Bursch setzen Ja, ja, ehrlich, ich hab' ich nicht gedacht Ich mein, die Anschmeißer hab' ich ja doch ne ganz schöne Range Da komm' ich immer noch ganz gut rein Geht ja, dank der Level Ja, die gibt's ja, das hast du dein Zipfel getroffen Wöu... Gott... Konflikte wie den, die sind viel mitnutzlos, ey Oh, was farmt er denn die ganze Zeit hier? Wollen wir die jetzt töten, Bot, oder... Ja, kann man machen Warte mal, ich geh mal in Schafen Hallo, Bot... so wie sie noch an so kann er nicht stürmt werden paul was macht wenn auch die Welt bei der Rutschung vor dem Boden das macht nur es lohnt sich im Hauptstrahl mehr beim Auftrag des Stadens wenn die Böse da drinsteht Regeneration alle von allem war das das Problem ist ich dachte die haben ihn schon gesehen weil du so so also bis soweit hier unten an gelaufen schon es war eigentlich noch gibt also es war zu schulden aber noch nicht so oder hat mit dem Grave gerechnet weil er gut aber es wäre sicherer gewesen wenn der Krimi ran springer hochwurft und dann Grave schützt sich schützt erzelt in Lube jetzt mit Blattdorf Kopenhauer Durst 70 und Baust 72 meiner Frau und was ist gern noch kurz mit und 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 probiert er auch immer immer da hoch oder so immer noch kein Wort und abläuft wie und doch mal grünen Punkt stimmt ja am an und die über die um und so gut in Gründung Na links, da wo die ganzen Typen dargestellt werden Da ist über dem Nebensbalken so ein grüner Punkt, da ist das die Ultima Dicht Boah, da kack Was war das denn? Ach so, Raka Ach, der grüne Punkt Naja, musste mir auch erst erklärt werden Naja, der grüne Punkt Möglicherweise nicht So viel Fakt ist brauchbar Hä, wie du machst nur trotzdem, wenn du selbst im Bus stehst Das zeig ich nicht ganz Wieso in der Passage du trotzdem auf die Musik spürst? Ähm, weil ich gerade CV benutzt habe Und dann werde ich sichtbar kurz Mann Das ist ja fast eine Kurve geflogen hier Im letzten Mal glaub ich... Oh, die, ey, die, hey, es hat sie gefällt, die Ulti Das sah schön aus, da kannst du das geht gelaufen denn Mein Wort läuft aus, also ab jetzt wissen wir Benoft bedingt, dass sie kein Wort nötig sind Ich bin echt gut, ich bin echt gut Ich bin echt gut, ich bin echt gut Naja, Barus ist mal so ein bisschen... Charlie? Ja? Oh, er haut sich. Was hast du gedacht? Wollte ich jetzt helfen? Keine Ahnung. Du gedacht... Ja, in drei Minuten sind wir auch wortlos. Aua. Oh, jetzt muss ich mich immer ein bisschen weiter hinten halten. Ich wäre da. Ja. Engage mal, ich komm dann bloß zu Alz-Ratter der Not rein. Jetzt zum Beispiel. Ich will nicht sterben. Scheiße. Willst du das sein? Scheiß, Varus. Scheiße, der hier hat den Geist. Wir kriegst du nur. Bam. Oh, da kommt zwei Bilder. Oh, da kommt das Ganze an. Ich denk die ab, dann weg. Was? Wie die kriegen, das muss ich ja echt faszinieren. Aber es sind wirklich idiotische Fliegen eigentlich. Ich komm dir entgegen. Aber ich bin sicher, das sind diese Idioten, dass du hier bist. Ja, aber wir hätten nicht für den vielleicht gehen können. Nee, ich hörte mal, wenn ich keine Ahnung hab. Warum in diesem Lebensrack, wenn ich jetzt weiter ohne Lebensraum spiele, kann ich nicht ganz viel Spaß machen. und er hat geliefert erklärt wir haben jetzt die Fündergen und nicht die Sorgen immer er will nun wichtig und Max zu wo kommt nun den Leute der Blitz macht er auch alle 200 Sekunden von der Scharn Maha die wenigen von 100 100 und alle zweieinhalb Sekunden von der solchen Land am Wort hier Prozent jetzt haben die Hälfte abdruckt als Kindesworte laut alle das Geld laufen los 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 die Gertie bescheuert hier im Laden aber die Ultifolksteck noch ein paar Kämmer das ist die Nürnbergreifung und die Sasse von uns uns scheiße wird sind gegründet gut so ist das auch der wort auf die vor gut zu sehen die nächste foto ich hab den Warrungswasser so geholt Nein! Ach, Scheiße! Ich hab ihm Jules noch gegeben, aber eine hat mehr auf dieser Waage, wäre schon nice gewesen dann hab ich ihn nicht mehr draufgekriegt Na, mitzutzen Ja, den Geist kenn ich nicht so Boah, Scheiße! Ich hab eineporteil, alter Weiß du rent am Start Du sein du gibst mir die Guide die jetzt los mit dem erzielt aus ist okay das ist der Schimmer und Busch dann dafür der Verpackung vertreten bei der Hälfte abfressen und die politischen der ist Auer der Hauptmann ist so cool die Regenwahl und die Reise oder wie doch ich bin der Gäber mit dem Melodien zu nach der Welt die Tüber können die ganze Melodie noch bloß haben dann ist der automatische Daten dieses Programm dazu auch manche Sachen kann das gar nicht da begeht im Tor der Katzen Wort Reusfeld und die Verkaufung und in der Eben was schaltet da können das ist alles nicht ich muss sagen du musst es tanken ok Pasha um überhalten bis weiter ok schön Leiderin Teil ist von einem Tag mit dem ah fuck der tauer in der Mitte ist ja aber der oben auch Joti 5 Sekunden auf mein Kopf gut dass ich mal fahren oh der, dass der Gruppe, also dass der auf Video war da freue ich mich ja der war der war noch so oh was Mann, guck mal wie sie ihn hochhalten oh fuck ja 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 cool ich hab heute auch wieder in den Lack ich hab heute auch wieder in den Lack ich hab heute auch wieder in den Lack ja 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 oh wie hat er denn den Spell noch rausgekriegt dass er noch gesilenced hat naja gut er geht bloß an 0,5 Sekunden glaube ich ja 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 trotzdem er kam noch, wie war der gerade immer im Jungle? ja ja ich glaub der ist vom Power so eine Runde ok hoffe ich mal na die Runde hat er jedenfalls stehen lassen Scheiße ja wir botten nur noch den um es tut er um hat er gekonnt hat um um es geht um stoppst nicht umrecht nur noch der Anleitung ist da und das ist noch da der will nicht, Arm Power um Prozent Prozent nach der Welt die Abba die Sprache und sind noch über das gelaufen durch kurzer Toscher Krimer jetzt sind? Ja, den kann ich nicht totbenacht sein. Okay, komm. Danke, stimmt. So, oder hast du? Das sind beide Botschaften. Ja, Skana und Zalino. Paul Bluch? Ja, wollte ich Gott machen. Ah, da sonst so. Nein, wo sind sie? Ich hab's gar nicht gehört. Ah, ist zu langsam gelaufen. Hahaha. Ich will den helfen. Ich weiß gerade, vielleicht war auch irgendwo nötig, weil wenn... Ja, ja. Das ist so blöde, weil ich packe einfach den Flow drunter. Du bist dumm. Ich mach dir den Weg weg und dann mit dem Gehr einfach drauf kommen. Das ist schon ganz schön Damage. Ich kann auch wer... Ich mach auch schon an, die geladene Faust macht. Gibt es die geladene Faust oder den Wendteil? Das ist die geladene Faust. Okay. Oh, komm schon. Aber wir sind nicht vonnöten. Aber bei dem hier vielleicht. Hm. Oh, das kommt nicht. Fuck, ich zieg auf den Lat. Lass mal nach links weg. Fuck, fuck, fuck. Alter, der Gott. Freizeit. Oh, weißt du... Ich bin gar nicht. Aber mit dem Zell ist er auch fertig, dass ich diesen Weg wegbeleidet bin. Ich hab ihn auch mal noch ein bisschen angekrattet. Bisschen. Boah, mein Klin önbild gerade! Nein. Er hat noch zwei gekriegt. Naja, hab mich auch gewundert Ehh gut, ah der hat auch mit Level 53 Immerhin 3 Ah, der hat den, hast du doch geilen Schleuchte oder? Na, wenn man jetzt weiterholt, dann wird er weg Ah, scheiße, Alter Schlau, der ist schlau Oh, der ist schlau Gott So viel zu dem Tower Ja, unsere Kitzel, unsere Kitzel, die sieht schon mal was aus Ja, die hat einen Schaden gemacht Die hat einen Schaden gemacht Schön Die Gleiter hat mir gerade so gut zu Schaden Ich hatte gedacht, dass das durchziehen vielleicht reicht, um da ranzukommen und dem 80 Schaden zu machen Aber das war nicht so Kommst du da überhaupt ran? Nee, kam nicht ran Nee, kam nicht ran Ja, ich bin mal Ja, mach du, ich will die, ich nehme die, ich nehme die, ich nehme die, ich nehme die klein Ich würde da mal ein Fernseher ausmachen Okay So eine Scheiße Wir müssen erstmal probieren die Korki zu kriegen, Komet Okay Okay Berge Ja, wir haben also noch die Korki zu kriegen, aber Was kann ich für mich nicht mehr aus? Da läuft nur ein und 20 zu, wird auch nur ein Scheiße Herr Korki geht auf den Sack, und so. Ich bin vom Kühlschrank ganz ganz hin zurück. 3,74 Uhr. Oh, das ist gar anders geht. Der hat nicht den Ulti. Fahr auf den Rechnerin bitte so. Ach, der hat Schatten zu gesehen. Pass mal auf Korki auch. Das ist heißer, aber ich kann nur so da. Na... Ey, da der... Ob das nochmal verwohrt zu. Die Falken oder Mittern. Ah, fuck, sorry. Äh, ach, ach, ach... ...oh, ach, ach... ...schirren, ach, ach, ach... ...hier, ach, 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 ach... ...ich startete, ach... ... BOYFULST. ...NEEJ! DALVERTO! Sorry... Oh, hier ist eine Note. Ooh, unter den Kursen? Ja, genau, vielleicht. Aber Stor... ...owyflusst. Hahaha... jetzt so viel zu dem Witz und nein und die Heizung die Korki oder was ist vor allem ein Haus dann bin ich nicht mehr vor Ort okay also ein Korki wollen uns nur um die uns aus Schlauze überlegen das ist auch das Haus überlegt vor allem so wird der Spitze wieder abgebildet ich bin ich wechsle und die abgebildung man braucht und so nach vorn johann-lösen Bauer da und wo uns zu durch die Welt Das ist was wir sehen. Aber da war einer. Ey, warum läuft der hier? Frankfurt geh ich mal warten. Ich will nie wieder so lang sein. Ah, Korpi. Ich hatte die nicht gekonnt. Nein, da war ja noch mehr. Wenn Paul draufgehauen hätte. Alter, dann wäre ich auch gestorben. Guck doch mal, was da unten ist. Ja, gut. Wo kamen wir auch schon wieder alle hier? Machen drauf, ne? Nö, jetzt nicht da. Nee, der gar nicht da. Ich war einfach nur du. Na dann. Da sind sie. Was? Aber ich schaff's, weil ich im Gegensatz zu den Läuftembrunner. Ich hab alles Helden. Läuftembrunner hat mir vor das Leben gekostet. Ich hab alles Helden. Läuftembrunner hat mir vor das Leben gekostet. Wir retten so oft genug das Leben. Oh, ich hab mal Stress in unserem Jungle. Oh, Mann, der krippelt mich kaputt. Das gibt's überhaupt nicht. Ja, dass die Rüstung auch durch das Schock da so schnell schurt. Gar nicht klar. Da hat sich grad mein Spiel minimiert wegen den hässlichen Skype. Und dann ist da so'n... Wahrscheinlich so'n kleines Leck irgendwie auch. Ha, ha, ha. Mit der Escape-Ulti. Ach so, die hauen mich dann, oder? Wenn ich die tänke. Dann soll ich laufen. Alter, kriegt euch doch mal einen! Mann! Sauber überlebt! Mann, oh Mann ey, Stress backen. Das ist irgendwie ein 1600 Gold kriegt. Das ist irgendwie 1600 Gold kriegt. Huiii. Irgendwie machen die Stress, das gefällt mir kaum noch. Was kriegen wir da? Oh, da hinten drin. Was ist der Killing? Was ist der Killing? Nein, ich war der Johnny Was? Was ist der Killing? Weil er ihn von mir weggezogen hat Ja, der stand so weit weg vom Team da hat sich's genommen Ach ja Es ist ein Killing Wurden Okay, doch nicht Ich bin auch Ich bin nicht getötet Ich bin nicht getötet Ich bin nicht getötet Ich bin nicht mehr Ich bin nicht mehr Alter, Frau Verhoeven Ich bin nicht mehr oh ich bin da nicht ein angeflühter Dorn, bitte ja die haben wir echt nur gekriegt echt nicht oh jetzt mal so ein Draven kannst du mal von anderen Wunden probieren ne, es reicht nicht bis dahin vorher hätten sie jetzt zu denen es dadurch verloren wir sehen hier nichts die Vögel machen einen Lärm, was ist denn los? Alfred Hitchcock da hat er dich ganz leise aber erst hat er das gesagt hast die Uferstringer ich hätte auch wieder zurückspringen können ich glaube du hast irgendwo dein Bluboff unterwegs war einer von den Schau nicht übertreiben ich wollte nur schlau du bist nicht Gott aber ja, das muss, das der später nicht so, auf geht's, ab geht's, drei Tage waren ja, ja, passt oh, stimmt, stimmt stimmt da hat einer Wasser nicht gewordet oh Gott wer so was hat nicht rum ich sag immer, nein na, einer der Wortskopf, sag ich mal der Jungleler zum Beispiel diese, die haben das auch nicht gewordet, die hätten das machen müssen die hätten das machen müssen oh, was oh, was dafür kannst du echt nur Gott holen, die beschuldigen, ja ich hab einen Scheiss ich hab's auf Video ich hab's auf Video oh mein Gott, ich bin so videogehn Lass ihn sterben, oder? das ist groß, Mann Geil, das ist Geil soll ich ihn ranpolen? nein ja, genau, da mit euch alle gleiche Idee oh, gut, dann ist bloß Max tot jetzt auf einmal wollte er rappen oh, 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 oh 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 Luise well oh 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 no oh 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 wollen wir uns ja nicht wir haben es sind ich habe ich glaube der dritte der drüber nachzuhalten wie weit der womit so richtig was er machen soll klar und er hat in Europa ich kenne noch weiter Raubo du musst dich verkleiden und dann mit der Hoffnung auch in der Aktie und er das ist als Sieg und sterben die er hat dann in der Tür sein können was 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 wird das für Aktion die Gertracht zu tun er hat wer die Bioten mit Auszeichnung die promovierte Idioten mit die Doktor aber den Idiotismus hat er natürlich fälscht da da ab in der die 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 da eine nicht ganz so dieser eine nicht ganz so berühmte Mann den Namen vergessen Guttenberg Wahrheit hatte Guttenberg gar nicht abgetrieben, sondern das, dass sie als Originalausgaben, das war abgestimmt von Guttenberg das hat noch niemand betrachtet, das ist alles an der Blickweise jetzt war fünf Jahre früher ein Steiner, aber ich war gar nicht so ganz gut ich bin nur nicht damit kleinkommen, dass ich besser weiß, das ist ein geistiges Eigentum, Alter, er hat sich das früher schon ausgedacht, die haben es einfach raufgeschrieben, was wäre er dafür? ja, das kann doch trotzdem in deinem Mailschirm sein warum kann er es lauen? wieso kommt er einfach auf die, die zu flohren? Du kannst ganz viel machen, und jetzt stirbst du dafür, das ist halt Karma nennen wir sowas glaub ich knits du mal Aber warum jetzt war gerade nichts los und bevor die die das nächste mal machen, muss man nicht schon wollen und der KJ hat noch Rakel Alter ich würde lieber da wohnen Prozent der ist ja wohl länger nicht da du bist du bist so ein kleiner Skala, der muss jetzt nicht wirklich gehen ich bin nicht so wie Beny oder sowas Oh Gott, der ist aufgelacht Ne, dann mal schauen, warum hat der Profis von Polk? weiß ich so wo Matt der ist? Der hat heute Besuch von Robert Ach gut Du kommst ja morgen nicht mehr Ich denke mal ja Ja alle geschloss Ah, der Krok hat uns ein bisschen zerredet Gut, dass er Dornenverzeige gekauft hat Ich hab auch einen Ehm, Cori Nein, oh, lass mich doch mal Ich hab einen Kill gemacht und hier Na cool, mit Multitower Ja, und Ah, ich hatte fast auf den Ball gekriegt Ja, stopp doch mal Schön gemacht Er wollte auch als Rieder des Gerichts ziehen Ah, tadam 686, glaub ich Ah, ich hab wieder nicht Tab gedrückt, Max, maaaann Ja, ich mach das Screenshoten Und ich hab auch weiter gedrückt, äh Ja ja, ich hab das Ja, ich hab meinen Ja, ich hab noch mit dem Ich hab wieder gedrückt. Ja, ich hab mich Die Vielen Dank.